... für auch unseren Radiosender. Jam FM Rat mal, wer zurück ist. Seruel Mecho! Yo, was geht ab? Bro, ich hab so oft davon geträumt, dass du einfach herkommst und alles zerlegst. Jetzt bin ich da. Und du machst das heute, sagst du? Ja, man. Jam FM Exclusive. Ich bin hyped. Und ich schreib es auf, doch, brauch dafür kein Applaus, ich scheiße drauf. Auf dich und deine Meinung auch. Doch könnte gut sein, dass ich diesen Kai noch einmal brauch. Hab gehört, dass er einen guten Preis-Likes verkauft. Spaß beiseite, Homes, wir teilen aus wie Tysons Faust. Denn keiner meiner Bros ist aufgewachsen in nem reichen Haus. Kann keinem vertrauen, weil ich seit klein auf mit den High-End tauch. Kalte Welt, keine Decke, Heizung aus. Mann, ich geh auf der Kälte wie Eiskunstlauf. Excalibur, zieh das Schwert aus dem Stein heraus. Hier ist der Hinterraum von nem Café, die Private Lounge. Hast es oder Liebes, auch wenn das kein Spiel ist. Ich seh es in deinen Augen, ob du in meinem Team bist. Haben die kleinen Kiddies, die seit langer Zeit dealen. Bei denen insgeheim das Lächeln fake ist my secret. Ihr Hip-Hop-Champs, halbdeutsch, Rap macht Session mit Johnny Blaze. Scheiß auf was du sagst, sie schreiben deine Story selbst. Hanno, komm, wir machen ein Album zusammen und nenn es Copy-Paste. Bin für euch zu spät, wozu noch die Patek-Uhren? Ich falle, doch nie mal zu Boden, als hätt ich Michael Jackson Schuhe. Konnte mal Geld, doch nicht immer auf einen Bruder zählen. Dreh die Zeit zurück und dann noch nimm mich den gleichen Weg. Du bist der Grund, doch bitte jetzt lass mich wenigstens alleine ertrinken in meinen Tränen. Denn wir akzeptieren den Menschen schon lang nicht mehr für das, was er ist. Wollen ihn fähren, dann macht er auch nur einen Schritt. Gucken nach, ob es irgendwas zu bemängeln gibt. Und wundern uns dann, weshalb dieser Engel nicht mehr fliegt. Sie bauen dich auf und zerstören dich wieder. Kein Problem, lass mich fallen, ich dachte, die Hölle wär tiefer. Steck das Messer an meinen Rücken, trete auf mich ein, wenn ich am Boden lieg. Doch bitte bereu davon nichts, wenn du mich oben siehst. Wow, das war so heftig, Junge. Deine Nummer eins für neue Musik.